BANG! 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 So, hier schnell hoch! Da oben hab ich wieder sowas leuchtend gesehen. Ah komm ich bestimmt noch hin. Wenn ich hier irgendwo hochgehe... Na, erstmal hier lang gucken. Ach, Checkpoint. Da muss ich glaub ich sogar hier lang. Oder... Na, ich geh mal da hinten gucken. Ja, ist heute hier... Ach... Ach, obwohl... Wie... Ah, hier ist schon voll. Das mach ich halt so. Zack! Ja... Yeah, im Sprung! BAM! 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 Ich glaub der müsste jetzt... BAM! 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 Ach der schon tot! Haha, ich dacht schon! Wie ist denn da gut? Ja, 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 ja! Wie viele kommen noch von euch? Wann kommt endlich mal euer Führer? So, ich sollte sagen, euer Boss. Ja gut, hier geht's nicht weiter. So, doch. Ducken. Ach, weiter knapp. So. Pextel. Komm zu mir. Yo. Yo. Das sieht doch schon mal gut aus. Ja, oberste Priorität ist, Pextel zu eliminieren. Ja, das hab ich schon die ganze Zeit vor. Ja. So. Jetzt hab ich diesen Bonus da vergessen, aber... Egal. Ich habe Befehl, diesen Vettel festzusetzen. Wird er ausgeschaltet, erlischt auch die telepathische Verbindung zu den Soldaten. Wenn die kein Missionsziel mehr haben, müssten sie sich abschalten. Das wär zu schön, um wahr zu sein. Ich habe eine Idee. Da haben sie ein E-D-Lie übrig. Da läuft offenbar ein Rückzug auf der öfter Linie. Mein Gefühl sagt mir, Vettel ist auf dem Weg zur Armagam. Vielleicht können wir ja da ja helfen. Geht klar. Okay. So, hier nach oben. Bist du jetzt cool oder was? Ich finde fast alles. Ich mache mich schon mal auf den Kampf bereit. Noch nicht. Ach, ein Checkpoint wieder mal. So. Tür auf. Licht an. Licht aus. Tür zu. Nein. Ich glaube, wo geht es hier hin? Ha. Denkste. Ne? So, wo geht es hier hin? Da gehe ich jetzt erstmal nicht hin? Die Kontrolle ist, durchsuchen wir die Trümmer. Das sollen die anderen erledigen. Ich brauche sie hier, um Arbeit umzusteuern, weil die Anlage gesichert ist. Roger. Sieht so aus, als wenn ich da hin müsste. Ja, dann geht es halt da doch rein. Mann, oh Mann. Zack. Ich stehe ja so auf Wasser. Ich stehe ja so auf Wasser. Gar kein Problem für mich, hier durch zu latschen. Ach, meine Rattenfreunde. Jo, jo. Ihr zeigt mir den Weg, wa? Hier ist nichts. Was war das? Ja, genau. War der nicht geil? Der wäre doch geil, oder nicht? Bam! Matrix-Style! Ja, durch den Kopf! Durchs Gesicht! Durch die Fräse! Dann gehe ich hier mal weiter und hier hoch! Zack, 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 zack! Ah, okay! Jetzt kann ich hier weiter gehen! Äh... Ja! Muss ich... Ich muss doch hier irgendwo hin, oder nicht? Wartet mal! Wartet mal, wartet mal, wartet mal! Ähm... Ne... Ups... Ne, ich muss doch erstmal zurück und irgendwas ausstellen, oder so! Nein! Ich bin hier auch noch gesprungen! Zack, Midi-Pack! Da bin ich hergekommen, jetzt gehe ich mal hier hoch! Ja... Muss ich hier was umstellen? Ähm... Ops... Hergekommen bin ich da oben? Oder hier? Ach, ne... Ah, ne... Ne, 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 ne... Ne, 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 ne... Ich muss, glaube ich, hier oben auch... Ja... Ich tricke mal Ducken anstatt äh... Taschenlampe, es nervt langsam! Vielleicht ist der Brücke! Ja... Ja... Ähm... Gegner sind hier, glaube ich, keine... Wow, Mann! Warum bewegst du dich? Hä? So, Gesundheit erhöht! Zack! Ist hier sonst noch was? Muss ich hier überhaupt hin? Muss ich hier überhaupt hin? Ah, ich glaube... Ah, jetzt bin ich wieder hier! Alles klar! Okay... Äh... Äh... Ich weiß nicht, ob ich zurückgehe oder nicht... Ich glaube, ich gehe gerade zurück... Ja... Was war sonst? Los, 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 los! Zieh, zieh, zieh! Jawohl! Das war mal Fail! Ja, meine Orientierungssinn in dem Spiel ist gar nicht mal so gut! Hier sieht doch alles gleich aus, finde ich! Also... So... Bei dem Raum merke ich mir... Die Leiche hat den Kopf da durch Bord... Bekommen von mir! So, wenn ich... Äh... Da oben komme ich nur zurück... Wenn ich jetzt hier lang gehe... Komm ich entweder da lang... Oder... Ja, ich kann eigentlich nur hier lang! Bin ich vollkommen blöd jetzt! So... Ist hier was? Nein! Soll ich das einfach mal alles klar durchlatschen? Ja... Warum, warum, warum... Überhaupt! Ich will das jetzt schaffen, Leute! Ich will das jetzt einfach nur schaffen! Wo bin ich eigentlich wieder? Wo bin ich eigentlich wieder? Lauf ich jetzt zurück? Ich hab keine Ahnung! Mein Handy klingelt, Leute! Ich muss mal kurz Stop machen!